Hallo Leute, ich grüße euch aus Athen. Heute habe ich für euch ein richtig cooles Interview mit der lieben Katja von dem Kanal The Eugenie Flight Attendant. Sie ist Flugbegleiterin bei Lauda und erzählt euch in dem Interview wirklich alles. Von der Bewerbung, über die Schulung bis hin zum Job selber. Wir haben über so viele coole Themen gesprochen, unter anderem darüber, was Flugbegleiter und Schauspieler gemeinsam haben und wie es ist, wenn man mit Anfang 40 nochmal den Job wechselt und was ganz Neues macht. Also das Interview ist wirklich so, so cool. Schaut es euch unbedingt an. Es ist ein bisschen länger geworden, aber mega interessant. Von vorne bis hinten finde ich vollgepackt mit coolen Infos und übrigens, Lauda sucht gerade Flugbegleiter. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Also hallo. Hallo. Hi. Ja Katja, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du? Und ja, genau, erzähl einfach mal. Sehr gerne, ja. Also ich bin ein Frischling eigentlich bei Lauda, muss man sagen. Lauda Motion hat es vorher geheißen, seit etwa zwei Tagen offiziell nur noch Lauda. Ah, okay. Ja, genau. Und von daher auch, also von wegen Frischling, die Firma gibt es genau seit einem Jahr. Also wir sind eigentlich alle neu, nur gibt es natürlich Leute, die sind von Airline ein bisschen zu Airline gegangen, weil es ja über Lauda Air und Niki und weiß ich was alles ging. Also von daher gibt es schon Leute, die auch schon lange dabei sind, aber bei dieser, offiziell bei dieser Firma kann man erst seit einem Jahr sein und ich bin ganz frisch dabei, ich fliege erst in meinem zweiten Monat jetzt. Ach ja, schön. Und weißt du, warum die Firma umbenannt wurde? Also umbenannt wurde sie jetzt nicht, sie haben einfach das Motion. Ach so, okay. Ja, sie sind noch ein bisschen am, am alles, wir kriegen dann auch neue Uniformen, es ist alles furchtbar spannend. Ja, cool. Was ich heute erzähle, ist vielleicht in einem halben Jahr echt schon nicht mehr ganz aktuell. Also da tut sich ganz viel und irgendwie ist auch genau das eben, was so spannend ist. Ja, wie bist du denn da drauf gekommen, Flugbegleiterin zu werden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht so genau. Also es war, ich habe jetzt nicht gesagt, es war immer mein Traum. Ich bin ja auch schon etwas älter, ich bin in den 40ern und habe was ganz anderes gemacht vorher. Okay. Was war das? Ich war Schauspielerin und Sängerin. Ach, wie cool. Ja, ja, ist es auch echt. Und war da natürlich viel unterwegs als Passagierin, ich selber war auch viel Fliegerin und alles. Und ich habe es immer geliebt, also ich habe auch immer diese Atmosphäre im Flughafen geliebt und diese Menschen, mein Onkel war Pilot sein ganzes Leben lang, der hat mich sicher auch beeinflusst. Das war einfach ein cooler Onkel immer. Und dann habe ich mich beruflich ein bisschen angefangen zu verändern, war nicht mehr ganz glücklich, so wie es lief. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig mit dem Älterwerden in meinem alten Beruf. Und es war eine plötzliche Entscheidung eigentlich. Ich war mit meinem Mann am Flughafen für Urlaub letzten Sommer und da lief so eine Crew an uns vorbei in ihren schicken Uniformen und er sagte zu mir, so eine Uniform wird dir auch passen. Und dann habe ich total gelacht und wir haben so ein bisschen drüber geredet und dann habe ich spontan nachgeschaut. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, es gibt eine Altersbegrenzung für die Aufnahme als Flughafenleiterin. Ich habe dann gesehen, nein, ist gar nicht so. Und dann ist mir das nicht mehr aufs Kopf gegangen. Und dann habe ich einfach beschlossen, das probiere ich jetzt. Also das finde ich so toll, dass du da gesagt hast, du machst nochmal was anderes. Weil viele ja wirklich denken, sie sind dann zu alt dafür und noch nochmal was anderes zu machen. Ist ja schon sehr mutig. Ja, ja, ich glaube an Mut hat es mir nie gefehlt. Also ich bin eher so jemand, also für mich persönlich braucht es mehr Energie in etwas drin zu bleiben, was man nicht mehr mag. Also es muss jetzt was anderes her. Also von daher, ja, ich habe es einfach probiert. Und ich konnte nichts verlieren, muss ich auch ehrlich sagen. Und wie war das so im Kurs? Ich nehme mal einer, waren dann doch viele Jüngere, oder? Ja, natürlich. Die hätten teilweise alle meine Söhne und Töchter sein können. Natürlich. Also ich war nicht mit Abstand die Allerälteste. Also da gab es auch noch andere in den 40ern, nicht viele. Ah ja, sehr gut. Aber es war eigentlich gar kein Thema, ehrlich gesagt. Also wirklich, und das fand ich so super. Also weder bei meinen Kollegen und Kolleginnen noch bei den Lehrern, also gar nicht. Von daher, ja, schön. Also alle sehr offen. Ja. Ja. Definitiv. Ja, ich glaube, jetzt interessiert ja ganz, ganz viele, ob man sich denn auch im Moment bewerben kann. Ja, man kann ja wohl und buchen ganz dringend Leute. Ja. Die Firma hat ziemlich verrückte Expandierungspläne. Also da wird einem fast schwindelig, wenn man hört, was die alles in wie kurzer Zeit jetzt erreichen wollen. Und die suchen, soviel ich weiß, also wenn nicht gerade ganz aktuell, dann sicher in einer Monat oder in zwei Wiener. Glaube ich an allen Bases. Also das ist im Moment Stuttgart, Düsseldorf und Wien. Mhm. Und ich glaube, man kann jetzt gerade im Moment auch, also ich glaube, zumindest im Sommer stationieren sie auch Leute in Palma, in Mallorca, aber da bin ich nicht ganz hundertprozentig sicher oder ob sie da nur die internen Leute dann für ein paar Monate einfach rübergehen lassen. Okay. Wo bist du stationiert? In Wien. Ah ja. Wo ist genau in Wien. Ja. Oh, schön. Toll. So, und als du dich dann beworben hast, wie läuft das denn ab? Wählt man sich online oder geht man da zu einem offenen Casting? Wie war das? Weil das, also der Online-Teil ist ganz, ganz wenig. Im Vergleich zu anderen Clubgesellschaften. Das ist wirklich nur so ein bisschen wie Hard Facts, die Sachen, die man eh nicht ändern kann. Damit halt, ja, überhaupt was bringt, was du dahin gehst. Und dann kam eigentlich sofort die Einladung für den Assessment Day. Und ich glaube wirklich, also jetzt auch was so großartig Lebenslauf und sowas betrifft, das habe ich dann einfach alles mitbringen müssen. Aber ich glaube nicht, dass die da online schon wirklich viel geschaut und gewollt haben. Jetzt auch Motivation, Schreiben, irgend sowas, das war alles nicht. Okay, auch kein Test irgendwie? Ich kann mich nicht erinnern, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Nein. Nein. War wirklich ganz, ganz wenig. Weil ich wollte mich eigentlich bei einer anderen Clubgesellschaft bewerben. und die haben aber gerade niemanden gesucht. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, zum Test, so ein bisschen als Übung, mache ich das jetzt alles mal. Und das war, es war wirklich sehr einfach. Also es ging sehr, sehr schnell, sehr professionell. Immer die Antworten auch sofort da. War sehr angeblich. Und dann war man schon dort an dem Tag. Okay, wie lange ging das? Es stand drei bis vier Stunden. Im Endeffekt war es ein bisschen mehr. Ich glaube, es waren eher so fünf Stunden, sechs Stunden. Es war doch ziemlich lang, weil sie sich doch recht viel Zeit genommen haben. Es waren dann mehrere Runden. Die erste Runde, da konnte man noch nicht rausfliegen. Das war einfach, da gingen wir alle rein. Da haben sie dann über die Firma geredet. Ziemlich viele Zahlen rausgeschmissen. Und ich glaube, viele von uns haben versucht, das muss ich mir jetzt merken, damit ich dann weiß. Also man hat also gedacht, vielleicht ist es schon der erste Test, dass sie jetzt halt schauen, wie gut hat man aufgepasst, wie viel davon hat man jetzt aufpassen können, was die da alles erzählen, wie viele Mitarbeiter, wo sind sie stationiert, wer sind die Geschäftsführer und so. War jetzt alles auch, was man hätte vorher sich schon eigentlich informieren können drüber. Also hat die Firma sich euch quasi vorgestellt auch mal? Genau, genau. Und das fand ich auch sehr nett. Und ich glaube, sie haben dann nochmal gesagt, wie der Tag auch abläuft. Und dann ging es dann in Gruppen weiter. Das waren so kleine Gruppenrunden. Da, ich weiß nicht, ich glaube etwa zu sechs waren wir jeweils. Und da fielen dann auch schon die ersten leider dann raus. Oh, okay. Ja. Was wurde da so abgefragt oder was musstet ihr machen? Gab es da Gruppenübungen? Kannst du ein bisschen noch ein bisschen dazu erzählen dazu vielleicht? Ja, es war nur eine einzige Sache im Prinzip. Also sie haben dann gesagt, ja, wir saßen dann so im Kreis und sie haben uns von außen beobachtet. Sie waren zu zweit. Und wir bekamen ein Thema, was wir besprechen sollten. Das war ein Thema aus dem aktuellen Tagesgeschehen. Es ging um Sommerzeit, Winterzeit. Und sie haben gesagt, ja, zuerst eine kleine Vorstellungsrunde. Wer ist wer? Namen, was man vorher gemacht hat oder wo man herkommt und sowas. Und dann eben über dieses Thema reden. Und da ging es halt einfach darum, ja, wie verhält man sich in der Gruppe, wie rücksichtsvoll ist man vielleicht auch, wie gut kann man eine Meinung ausdrücken. Also ich sage dir ehrlich, bei uns in der Gruppe fiel dann auch eine Person raus. Und ich habe es verstanden. Es ist schon hart natürlich, wenn man nach der ersten Runde rausgeht. Es war auch ein bisschen unglücklich, weil die Person hat die Frage falsch verstanden. Ah, okay. Und hat angefangen, über irgendwas ganz anderes zu reden. Okay. Ja. War aber auch extrem nervös. Also hat man gemerkt, konnte kaum sprechen. Also war halt wirklich, wollte es so dringend. Und das hat mir auch eigentlich sehr leid getan. Wow. Ja, von lauter, hat sich selber so einen Stress gemacht. Und es war dann auch interessant zu sehen, wie geht die Gruppe jetzt damit um? Also kommt da jetzt jemand und sagt, hey, du hast das ganz falsch verstanden. Hat aber niemand gemacht, sondern eigentlich die, die dann übernommen haben, auch sehr elegant, dann eigentlich umgangen und hat dann angefangen, über das eigentliche Thema zu reden. Das war recht geschickt von ihr, fand ich. Ja, und ich habe ganz wenig gesagt. Und ich habe auch so gedacht, boah, also wenn das schon gereicht hat, dass sie mich nicht nehmen, dann kann ich irgendwie, hätte ich auch nichts mehr tun können. Aber anscheinend hat es schon gereicht, dass sie mich genommen haben. Ich habe ganz wenig gesagt und wurde von jemandem dann unterbrochen. Es war ein bisschen, ja, es war ein bisschen, ja, nicht so korrekt eigentlich. Und ich habe dann, ich habe dann gelächelt und gewartet, ob sich ein Moment ergibt, wo ich mich wieder einbringen kann, konnte ich aber nicht. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter, ein ganz guter Hinweis, dass erstens, dass dann wichtig ist, dass dann, falls jetzt wirklich jemand komplett vom Thema abweicht, dass man da versucht, geschickt, das, ja, den nicht aufliegen zu lassen, weil ich glaube, auch andere, die da direkt drauf gehen würden. Und dann, wie in deinem Fall, dass er dich unterbrochen hat, ist dann im Prinzip für denjenigen ein bisschen negativ. Genau, also für mich war es halt irgendwie, ja, pechig, aber ich weiß auch nicht schlimm. Eben, und ich hätte mich dann versucht, wieder einzubringen. Aber es ist auch da ganz gut, glaube ich, wenn man da nicht mit Vollhack, mit Ach und Krach da irgendwie versucht, sich wieder einzubringen, sondern wirklich wartet, bis es dann passt. Und manchmal ist es weniger, auch mehr. Auf jeden Fall. Oh, wie in deinem Fall vielleicht jetzt, ja. Ja, ja, und ich glaube, gerade in so einer Situation, wo alle so überwillig sind, jetzt irgendwie sich zu präsentieren, ist es vielleicht ganz gut, wenn man da auch ein bisschen Coolness vielleicht zeigt. Wenn man ein bisschen auflehnt und sagt, okay, ich beobachte mal, ja. Also für mich ging es dann zum Glück weiter. Das war also die erste Gruppenrunde? Das war die erste Gruppenrunde, genau. Und danach gab es eigentlich nur noch die Einzelinterviews. Ah, okay. Und gab es auch noch einen Test oder sowas? Einen Englisch-Test, Allgemeinbildungstest? Nein, der Englisch, ja, das wurde alles im Einzelinterview eigentlich getestet. Also nur mündlich, nicht schriftlich dann? Genau, gar nichts schriftlich. Es wurde Geografie bei jedem getestet, in irgendeiner Art und Weise. Nicht bei allem gleich natürlich, weil draußen wurde fleißig natürlich weitergegeben, was geboten wurde. Ich glaube, da haben auch tatsächlich die, die später kamen, ein bisschen einen Vorteil gehabt. Sie hatten ein bisschen politische Sachen, also was in den Zeitungen gerade läuft, gefragt, um zu schauen, ob man ein bisschen Ahnung hat, ja, Geografie, Europa-Geografie oder auch, welche Länder grenzen an Österreich? Oder durch welche Länder müsstest du durchfahren, wenn du von Österreich jetzt nach, weiß nicht, Kroatien, nee, es war weiter unten als Kroatien, glaube ich. Durch welche Länder würdest du durchfahren mit dem Auto? Sowas wurde gefragt. Und dann wurde irgendwann auf Englisch umgestellt. Da haben sie dann einfach gefragt, in meinem Fall jetzt, wo und wie ich meinen letzten Urlaub verbracht habe. Also so nur ganz basic communication eigentlich. Dann ein bisschen auf den Start geschaut. Also eher Smalltalk dann ein bisschen. Smalltalk, genau. Es gab auch keine Rollenspiele. Das haben sie bei mir auch innerhalb vom Interview gemacht, also in dem sie mich einfach gefragt haben, wie würde ich mich verhalten, wenn ein älteres Pärchen jetzt auf dem Flug nach Mallorca dabei ist. Wie würde ich die anders oder besonders behandeln? Weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, ich glaube, ich habe es nicht besonders gut gemacht, ganz ehrlich. Aber ich fand auch tatsächlich, ich müsste ein bisschen mehr jetzt wissen. Ja, sie haben zwar schon gesagt, ja, sie fliegen jetzt schon nicht zum ersten Mal. Aber, ja, keine Ahnung. Aber sie sind halt älter, oder? Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen rundherum geredet, weil ich habe einfach gesagt, es kommt wirklich stark auf die Situation an. Wenn ich merke, die sind nervös, dann schaue ich, ob sie Hilfe brauchen auch, keine Ahnung, und lasse sie, bis sie das nicht rufen können. Oder wenn sie mit Gepäck oder mit dem Aufstehen oder sowas halt hinzufahren. So ein bisschen, also ich glaube, ich habe vor allem signalisiert, dass ich versuchen würde, im Moment da zu sein und zu sehen, was die brauchen. Aber es war ein bisschen wischi-waschi, genauso wie sie jetzt auch ist. Also es war für mich nicht eine besonders klare. Ja, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil das ist ja, reicht ja eigentlich nicht an Info. Und es gibt ja durchaus ältere Pärchen, die noch sehr fit sind. Also, aber hast ja gut reagiert, glaube ich. Und danach hast du dann direkt Bescheid gesagt bekommen, dass du genommen wirst? Also da kam die Zusage sofort, oder hast du das per E-Mail später bekommen? Nein, tatsächlich noch am selben Tag. Also man muss dazu sagen, dass es wirklich lange gedauert hat, weil wie du jetzt merkst, in einem Einzelinterview wirklich viel passiert. Und wir waren, glaube ich, am Anfang des Tages 35 Leute. Und zum Einzelinterview, glaube ich, kamen auch noch immerhin etwa 20 oder sowas, oder vielleicht sogar 25. Ja, eigentlich eher so 25 noch. Und mit jedem haben sie halt irgendwie zehn Minuten geredet. Ja, also kannst du ja ausrechnen. Es war jedenfalls wirklich sehr, sehr lang. Ja. Und wir haben alle ins Zimmer reingebeten. Und es war dann auch bitterweise, ein paar wenige wurden dann auch nochmal verabschiedet. Und der Rest, als wir dann weg waren, hat es dann geheißen, ja, und ihr seid alle dabei. Oh, aber auch schön. Ja, sehr schön. Also ich finde es dann schön, wenn man an dem Tag noch Bescheid bekommt. Und auch in, ja, ist halt dann blöd für die, die vorher gehen müssen eben. Ja. Das ist natürlich nicht so. Also da frage ich mal, was ich da besser finde. Entschuldige. Ja, aber ich überlege ja manchmal, was da besser ist. Ob einfach alle gehen und man später eben dann so Bescheid bekommt, als wenn dann wirklich. Naja, es ist vor allem für die halt, die dann nicht genommen werden, ist es ein bisschen fies vor der ganzen Gruppe so. Ja, genau. Das finde ich halt. Rausmaschinen zu müssen. Also das ist, ich glaube, das war nicht sehr schön für die. Ja. Ach Mensch. Ja, und dann ging es ja zum Kurs. Wie lange hat das gedauert? Konntest du dann direkt starten oder musstest du ein bisschen warten? Rein theoretisch hätte ich dann, ich glaube, es wären irgendwie nur zwei oder drei Wochen gewesen und es wäre schon losgegangen für mich, aber ich konnte nicht. Okay. Ich hatte noch was anderes, noch eine Altlast, die abgearbeitet werden musste und konnte dann erst später. Das war für mich, glaube ich, aber auch ein ziemlich großer Vorteil, weil ich bekam trotzdem schon die ganzen Unterlagen, konnte schon fleißig anfangen zu lernen. Das war gar nicht schlecht für mich, aber rein theoretisch wäre es sofort losgegangen. Aber es gab auch noch andere, ich glaube, da gab es noch jemanden, die musste zuerst noch ihre Matura fertig machen oder irgend sowas. Okay. Genau. Also da gab es einige, die auch, so wie ich, dann gesagt haben, das ging jetzt ein bisschen zu schnell, so schnell geht es nicht. Dann konnte man auch dann für einen späteren Kurs, also die behalten einen dann in Evidenz einfach. Mhm. Wie lange geht der Kurs bei Lauda? Sechs Wochen, ziemlich genau. Und auf welchem Flugzeug fliegst du? A320 und A321. Wird man dann direkt auf beide geschult? Ja, oder? Ja. Was auch ein bisschen verwirrend sein kann. Mittlerweile ist es alles irgendwie, ist ja kein Ding, aber ja, am Anfang, wenn halt alles so neu ist, und dann sind es auch noch zwei andere. Und ja, aber... Ja, ja. Da gehen jetzt unterschiedliche Gerüchte rum, dass es jetzt dann doch nur noch der A320er ist, aber jetzt hieß es auch irgendwo in einem, in einer, ich weiß nicht, ob es richtig ist oder falsch, dass sie ganz viele A321er kaufen. Also da würde ich jetzt mal im Moment nichts glauben oder nicht glauben. Mal abwarten. Welcher ist dir denn lieber? Hast du eine Präferenz? Kann ich noch nicht sagen. Das kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Also ich glaube, das hat, ja, die haben schon beide Vor- und Nachteile. Also es gibt eine Position im A320er, die finde ich ziemlich stressig, weil sie die Emergency Checklist und Security Search irgendwie machen muss, beides. Und das ist halt gerade am Anfang, wenn du startest mit dem Dienst, extrem viel irgendwie. Das ist schöner auf dem A321er, da musst du nur Entdeckungen wieder machen. Aber das ist auch eigentlich der Einführung. Jetzt nochmal ganz kurz zum Kurs. Ist es da so, dass da jeden Tag Tests geschrieben werden oder eher selten? Also bei mir war damals bei Air Berlin war das halt so, dass wir jeden Tag einen Test hatten. Echt? Okay. Also ganz gut im Prinzip, aber halt auch ein bisschen stressig. Also viel zu lernen. Wie war das für dich? Also es war schon viel zu lernen, würde ich sagen, aber nicht jeden Tag ein Test, sondern aber schon, ja, schon jede Woche irgendwas, aber auch nicht alles Tests, sondern es gab den Unterschied Quiz oder Test. Test ist halt das, was zählt und Quiz ist so ein Probetest. So, genau, so war das bei uns auch, ja, genau. Was ich auch eigentlich, fand ich ganz gut, aber das, ja. Ich muss mal ganz kurz meine Katze reinlassen, die motzt nämlich, wenn die Tür zu ist. Ja, klar. Ja. Verschlossene Türen mag sie nicht. Genau, wo waren wir beim Kurs? Ja, also würde ich schon sagen, ist viel zu lernen und man muss auf jeden Fall dranbleiben, oder? Muss man schon jeden Tag was machen? Ja, das ist sicher bei jedem Flugbegleiterkurs so. Also es ist natürlich viel Information, am Schluss denkt man auch so arg, war es nicht, aber es ist halt auch einfach viel Neues, was man vorher nicht wusste, nicht kannte. Ich habe es so gemacht, dass ich immer am Abend nochmal alles rüber passieren lasse und auf Flashcards, ich habe alles auf Flashcards geschrieben, wirklich alles. Und auf dem Weg zum Flughafen dann immer mir das alles nochmal angeschaut und so musste ich dann nicht dann, wenn die Tests kamen, ganz viel aufs Mal lernen, weil ich es eigentlich immer alles wirklich gleich gelernt habe, das, was wir durchgenommen hatten. Und das würde ich auch echt so empfehlen, weil es sonst am Schluss schon viel ist. Also wenn man es nicht gleich währenddessen macht, dann kommt man in Strudeln am Schluss, glaube ich. Hast du während der Schulung zu Hause gewohnt? Ja. Ah, das ist ein Luchzen. Das ist ein Luchzen. Weißt du, ob Lauda irgendwie Wohnungen stellt oder einen Zuschuss gibt für ein Hotel oder so? Das kann ich mir da nicht vorstellen, weil du musst auch hier wohnen. Also ich glaube, da vergehen sie nicht aus. Nein, ich glaube, nein, das ist auch, also da kriegt man nicht viel. Man kriegt auch, ich glaube, jetzt nicht einmal mehr Parkplätze. Also da bin ich jetzt auch nicht sicher. Also mit Parkplätzen ist auch gerade etwas im Werden oder im Nicht-mehr-Werden. Ja, es gibt gerade viele Veränderungen, die halt noch durch müssen jetzt. Aber zum Arbeiten, wenn du zur Arbeit fährst, hast du einen Parkplatz? Ja. Ja, also das war auch schon so während des Trainings, das war mit Autos. Also ich bin mit Öffentlichen gefahren. Okay. Aber da konnte man schon Parkplätzen. Also da kann ich, ja, das ist jetzt irgendwie auch schon wieder anders. Also da wird gerade vieles neu gemacht. Okay. Ja, und wie waren denn dann die ersten Flüge für dich? Hat man da jemanden, der zugeteilt ist, der dann mit dir zusammen eine Position macht? Oder bist du direkt verantwortlich für die Position? Nein, man hat leider niemanden, der einen beaufsichtigt oder in dem Sinne irgendwie einen hilft. Aber man hat zuerst zweimal ACM, heißt das? Ich weiß nicht, heißt das bei jeder Fluggesellschaft ACM, Additional Crew Member. Bei mir heißt das auch so. Aber ich weiß gar nicht, ob es überall ist. Bei manchen heißt das auch irgendwie Observerflug oder so. Habe ich auch schon mal gemacht. Genau. Jetzt schüttelt es hier bei mir, weil meine Katze auch. Oh. Das klingt bei der Kamera ja auch lustig. Gut. Ja, also da war man dann nur als Zuschauer quasi da. Da war ich aber auch noch zusammen mit jemandem aus meinem Training. Wir waren also zu zweit als Observer, als Additional Crew Member. Und das war super. Da hatten wir auch ganz tolle Seniors. Bei uns heißen die Pursor Seniors. Die ganz viel erklärt haben und auch der Rest der Crew hat viel erklärt. Und wir durften auch ganz vieles schon machen. Also die haben auch immer gefragt, ja, willst du Safety-Demo machen? Oder willst du das und das machen? Am Anfang will man dann immer sagen, nee, lieber nicht. Aber im Endeffekt sollte man das tun. Ich habe es dann auch getan am zweiten Tag selbstverständlich. Das war gut. Also es ist trotzdem, man wird trotzdem ins kalte Wasser geworfen. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und dann, also das waren nur zwei Tage. Sechs Flüge, also sechs Legs. Und dann schon ganz normales Crew-Mitglied eigentlich. Du bist ja auch YouTuberin. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal. The UP Flight Attendant. Genau. Den verlinken wir natürlich in der Infobox. Ich habe gesehen, du hast ja ein Video dazu gemacht. Zu deinen ersten Flügen. Ja, deswegen lache ich so blöd. Irgendwie waren meine ersten echten Flüge, also wo ich dann nicht mehr additional war, die waren wirklich schwer. Also die waren, und nicht, also ich war gut vorbereitet. Aber ich habe da ein bisschen Pech gehabt. In der Kombination mit der Crew und mit unserem Senior. Die wurde ja gerade geprüft, also gecheckt. Da war jemand noch dabei. Das hatte ich auch mal. Das war der absolute Horrorflug. Auch einer meiner ersten. Und es war wirklich mein allererster. Oh Gott. Wo man eigentlich so hofft, dass man einen tollen Senior hat, der einen ein bisschen bei der Hand nimmt. Ja. Das Problem war, dass sie halt wahnsinnig nervös war und eigentlich überhaupt gar keine Augen und Ohren für mich hatte. Also es war einfach eine wirklich blöde Kombination und ich weiß nicht, ich habe da gerade so ein bisschen so the worst of kennengelernt, was vielleicht auch in Retrospektive ganz gut war, weil ich dann auch mal für mich überlegen musste, kann und will ich das machen und unter welchen Umständen kann und will ich das machen und wie kann ich da selber bei mir bleiben, einfach ohne. Nein. Aber ja, wie gesagt, es ist halt am Anfang, wenn man so abhängig ist von den anderen, von dem Rest der Crew, das bin ich jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich, was ich tue und wenn da jemand anders arbeitet, als ich es vielleicht ideal finde, ist ja auch nur mein Ego, dann beschäftigt mich das nicht so. Also dann kann ich das irgendwie links liegen lassen und sagen, okay, das ist so, wie der oder diejenige arbeitet, das heißt nicht, dass ich so arbeiten muss. Und wie hast du es geschafft, da bei dir zu bleiben? Was ist da deine Strategie? Atmen. Und wo ich atme, irgendwann ist es auch vorbei. So, okay. Ich versuche schon, meinen Stolz dann irgendwie ein bisschen zur Seite zu schieben. Oder ich versuche mich auch in die anderen einzufühlen, wobei das war vielleicht auch das Problem, weißt du, weil mir ist es voll bewusst, dass wenn so jemand kommt, so neu ist und keine Ahnung hat, bedeutet das für die anderen ja ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Energie. Und dass die auch nicht immer Lust haben da drauf und das passiert bei Laura im Moment ständig, ja, es kommen ständig neue Leute. Und das war vielleicht Leute, die schon lange dabei sind, auch da nicht immer Bock drauf haben, glaube ich, schon wieder jemand, die keine Ahnung hat und dann nützen die es auch gleich aus, denen alles zu sagen, wie es gehört und ein bisschen umfassen. Und ich versuche mich dann auch, weißt du, und das ist aber manchmal, also ich versuche mich dann einzufühlen in die Person und zu sagen, hey, okay, es war nur leider, ich konnte ja nichts ändern daran, also. Du kannst ja nichts dazu. Ja, das ist auf beiden Seiten ein bisschen schwierig. Es ist sicher auf beiden Seiten ein bisschen schwierig, ganz klar. Aber ich möchte dazu auch sagen, dass es wirklich viele ganz tolle Leute gibt und ich habe jetzt auch nicht nur deswegen, das klingt jetzt ein bisschen schlimm, aber ich habe mit der Kabinenleitung gesprochen und denen auch darüber erzählt. Wie gesagt, da ging es noch um andere Sachen. Und das hat mir gezeigt, dass die voll hinter einem stehen und dass man da auch gehört wird. Und das, also das finde ich wirklich toll. Ich habe bis jetzt immer nur solche Erfahrungen mit denen gemacht, da wird sofort geantwortet, da wird alles ernst genommen, was man sagt, was man tut. Da wird Acht gegeben auf die Mitarbeiter. Also das ist für mich so, was da als sehr Positives dann eigentlich doch rausgekommen ist bei der ganzen Sache. Schön, das ist echt gut zu wissen, das ist viel wert. Gerade, gerade wenn man neu ist, hat man ja vielleicht auch noch Angst, zur Kabinenleitung zu gehen und eben dann die Angst, dass die nicht hinter einem stehen. Genau. Mir war es da auch so am Anfang, gerade wenn es da Unstimmigkeiten gab und ich das Gefühl hatte, die Situation war aber eigentlich ein bisschen anders und ich hatte immer Angst, dass er dem Purser mehr geglaubt wird als mir oder den anderen, die einfach länger dabei sind. Was vielleicht auch ein Stück weit auch so sein kann, aber ja, ist ja auch wichtig, dass man weiß, man wird selbst auch gehört. Ich finde es auch, und also auch ohne, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich hatte echt das Gefühl, ich war lange nicht sicher, soll ich das jetzt alles denen quasi erzählen und habe es dann getan und habe auch dazu geschrieben, ich bin kein Troublemaker, bitte glaubt das nicht. Es gab nur ein paar Sachen irgendwie und die haben mich voll ernst genommen und ich glaube, also ich habe niemanden angeschwärzt, bitte auf keinen Fall, natürlich nicht. Und das ist mir auch sehr wichtig, also dass ihnen das klar ist, dass ich hier nicht jetzt irgendwie jemand anderen irgendwie in den Dreck ziehen möchte oder sowas. Klar. Ja, super. Und jetzt fühlst du dich aber schon, jetzt hast du deine Position quasi, du weißt, du weißt jetzt, wo der Hase langläuft. Du fühlst dich jetzt sicherlich. So ungefähr. Es gibt bei uns ständig wieder Neuerungen, auch mit dem Catering ist halt alles immer ein bisschen neu und anders. Wir haben so ziemlich komplexe Smartphones, um die Bestellungen an Bord auch zu nehmen und dieser Ablauf ist noch nicht so ganz. Und dann versucht man jetzt immer neue Sachen und deswegen, ich bin auf jeden Fall mit der Information gerade, aber alles mit der Hoffnung, dass wir irgendwann den bestmöglichen Ablauf irgendwie auch aufzunehmen. Wie sieht denn eigentlich so ein Dienstplan aus bei dir? Fliegst du Vollzeit? Ja, das ist im Moment, glaube ich, nur Vollzeit möglich, aber auch mit dem Zusatz wird vielleicht mal anders sein, das weiß man jetzt noch nicht. Ich fliege Vollzeit. Es waren jetzt, also ich habe erst zwei Dienstpläne zur Verfügung, an denen ich jetzt meine Information irgendwie, oder von denen ich meine Information jetzt hierher ziehe. Und das ist natürlich noch Winterflugplan, da haben wir im Minimum zehn Tage frei. In zehn Tagen dürfen wir vier uns wünschen, also vier am Stück uns wünschen. Wenn sie nicht am Stück wären, sind es, glaube ich, drei, die man frei wählen kann. Das wird dann, glaube ich, im Frühling auf neun Tage und im Sommer auf acht verkürzt. Ich habe elf Diensttage gehabt, also an denen ich fixe Flüge hatte und der Rest, also ungefähr zehn, waren oder sind Standby und Reserve, also ziemlich viel. So wie heute. So wie heute, genau. Heute hattest du Standby. Ja, hatte ich, genau. Jawohl. Hast du die dann am Stück, diese Tage, die Standby-Tage? Nein, die sind frei verteilt eigentlich. Die geht wahrscheinlich aber auch im Winterdienstplan, oder? Dass da so viel Reserve und Standby ist, vermutlich? Ich denke schon, ja, ja, ich denke schon. Und da geht auch ziemlich viel auf im Moment. Also, ja. Genau, aber meine Aprilie sieht eigentlich recht ähnlich aus, wie jetzt der März war, auch von der Menge her, von den Flugstunden her. Also, von daher, ja. Also, ich glaube, das wird sehr viel mehr werden im Sommer, so wie es klingt, was sie gemeint haben. Habt ihr auch Layover oder seid ihr viel abends wieder zu Hause? Gar keine. Und es ist auch wichtig, dass man das weiß, glaube ich. Weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, ist man darüber recht entforscht. Deswegen, also ich finde ganz wichtig, dass man schon für die Fluggesellschaft, für die man sich wirklich viele Informationen sich einholt, weil das erspart auch einfach gewisse Enttäuschungen oder dass man falsche Vorstellungen hat. Ja, weil ich finde gerade, wenn man dann das Streckennetz der Airline sieht, wo sie überall hinfliegen, dann, also so ging es mir damals, ich habe dann automatisch angenommen, man hat Layover. Ja, ich habe dann mal so einen Flugmann angeschaut und habe geschaut, okay, Fuerteventura. Das ist so einer von den weitesten Flügen. Und habe gesagt, wann gehen die Flüge dahin? Das war, glaube ich, im Winter nur einmal die Woche oder sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, und wann gehen die Flüge zurück? Und ich habe gesehen, okay, das ist 40 Minuten später, am selben Wochentag. Und dann war mir irgendwie klar, okay, da bleibe ich nicht eine Woche auf Fuerteventura, das kann irgendwie nicht sein. Wir fliegen direkt zurück. Und das ist einfach so. Das muss man vielleicht auch sich ein bisschen bewusst sein, was bedeutet eine Low-Cast-Airline? Oder wie können sie sich leisten, Low-Cast zu sein? Ich meine, so Layovers sind natürlich toll und schön für die Crews, aber auch Kosten für die Airline. Ja, und es bietet sich halt auch nicht immer an. Weil gerade bei Mittelstrecke und Kurzstrecke bietet es sich ja einfach an, zurückzufliegen. Selbstverständlich. Und auch so Sachen wie, wie kurz unsere Layovers sind, natürlich, oder Turnarounds, meine ich, die sind 40 Minuten mit allem inklusive. Das heißt, schon intensive Arbeit. Das heißt auch, es geht keine Putzmannschaft durch. Das heißt auch, wir müssen das ganz gut machen. Das ist schon ganz gut, wenn man das alles vorher weiß. Und es gibt Wege, sich da zu erkunden, auch unter so tollen Plattformen wie deiner natürlich. Ja, dank dir, dadurch, dass du mir geschrieben hast. Das ist so toll. Ich finde das echt so wichtig und man kriegt solche Infos sonst echt nicht. Ja, aber da ist eine Facebook-Seite ja zum Beispiel auch. Da kann man ja auch diese ganzen Fragen stellen. Und ich finde das schon gut, wenn man das vorher tut. Also ich habe ganz genau gewusst, was mich erwartet, wenn ich diese, wie ich dir ja schon gesagt habe, ich wollte mich eigentlich bei einer anderen Hölle bewerben. Und es war mir völlig klar, worauf ich mich einlasse. Und das war auch gut so. Und ich habe dann einfach für mich entschieden, wenn ich jetzt nur mal schauen möchte, ob dieser Beruf für mich etwas sein kann, dann schaue ich es jetzt auf eine recht unluxuriöse Art und Weise. Und wenn es mir da gefällt trotzdem, dann weiß ich schon mal, das ist nicht schlecht. Und ich glaube halt auch, ganz ehrlich, wenn man jetzt das nur machen möchte, weil man zwischendurch in einem super schicken Hotel irgendwo ist und irgendwie das mehr filmen kann, vielleicht reicht es nicht. Ich weiß es nicht, ja. Aber auf jeden Fall sich vorher erkunden. Ich glaube, auch wenn es nur darum geht, wird man in dem Job meiner Meinung nach auch nicht lange glücklich sein. Weil irgendwann ist das auch immer alles dasselbe. Ja, das glaube ich auch. Und der Job ist der Job, ja. Also wenn man das hasst, was man im Flugzeug drin macht, wenn man das nur macht, damit man das Layover irgendwo hat, glaube ich auch nicht, dass man glücklich wird. Also von daher, ja, da habe ich dann beschlossen, ich mache das jetzt auf jeden Fall und schaue mir das an. Und mir macht, ganz ehrlich, mir macht es noch viel mehr Spaß, als ich es gedacht habe. Ganz ehrlich. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Hat es denn deine Erwartungen erfüllt? Ja, voll. Es ist ein bisschen anders, als ich erwartet hätte. Okay. Einfach nicht, weil ich als Passagier zum Beispiel selber nie mit den Flugbegleitern irgendwie in Interaktion gegangen wäre. Ich habe nie geredet mit denen. War mir das gar nicht so bewusst, dass da eine Interaktion wirklich stattfindet. Und das, also das ist für mich immer das Highlight mit den Passagieren. Also ich habe da auch keine Berührungsängste, mit fremden Leuten irgendwie umzugehen. Und das ist etwas, was total schön ist. Also da entstehen einfach diese kleinen Momente. Das ist einfach echt viel wert. Und auch tatsächlich, also das klingt irgendwie so albern immer. Und das sagen zwar viele, aber man denkt immer, die sagen das nur. Aber es ist wirklich so. Wenn die glücklich von Bord gehen, dann ist das echt was Schönes. Ich kriege Gänsehaut. Das denkst du. Das ist wirklich so. So schön. Es sind so ein paar Sachen, weißt du, einmal das muss ich dir jetzt einfach erzählen. Wenn du zu lange kannst, kannst du sie ausschneiden. Nee. Das ist einfach so schön. Also ich bin zum Beispiel gerne in der Mitte von der Kabine. Also ich habe das Gefühl, das ist eine von den unbeliebteren Positionen, die ich ständig mache. Weil ich darf ja erst als Letzte eigentlich wählen, was ich mache. Ich bin die Jüngste. Also die Jüngste. Und stehe dann halt immer in der Mitte dieser Kabine. Also beim Overwing, jetzt beim A320er. Das sind die Emergency Exits in der Mitte der Kabine. Ich stehe da beim Boarding. Und bei uns wird dann so ein kleines Briefing gemacht, den Leuten, die im Notausstieg sitzen. Okay. Was das halt bedeutet. Also nicht jetzt nur, was Handgepickt bedeutet, sondern auch im Falle des Falles, dass sie uns da halt mit diesen Exits helfen würden. Und ich mache das total gern. Und ich glaube halt, dass viele diese Position deswegen nicht gern machen, weil du da in der Mitte der Kabine stehst. Das ist auch immer ein bisschen ein Ding mit dem Gepäck da. Ja, und du musst auch ständig wieder die Reihe wechseln, wenn dann einer kommt. Und du musst auch ständig machen. Und dann ist kein Puck mehr in diesen blöden Augen. Und das ist immer so ein bisschen die Gestopfe. Und man muss die Safety-Demo auch in der Mitte der Kabine machen. Ich glaube, das machen bei uns auch viele nicht sehr gern. Und mir macht das irgendwie Spaß. Ich habe mein Briefing gemacht im Notausstieg. Da saß ein perfektes Pärchen, so jung und fit. Und nach dem Briefing sagt er zu mir, ja, ich hoffe einfach nur, ich habe dann gefragt, gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich bin gerne da. Und der sagt zu mir, ja, ich hoffe einfach nur, dass ich diesen Flug überlebe. Ich fliege nämlich zum ersten Mal heute. Und ich erkläre ihm gerade, wie der Notausstieg kommt. Der Arme, der Arme fliegt zum ersten Mal und kriegt direkt mal gesagt, wie man den Notausgang öffnet. Ja, und seine Freunde überlachten. Und sie haben sich wahrscheinlich gedacht, da gönnen wir uns jetzt den Notausstieg, weil da hast du mehr Beinbreiheit. Ja, dann weiß er gleich mal, was das bedeutet. Das war so herrlich. Mit mehr Beinfreiheit kommt auch mehr Verantwortung. Ja, genau. Genau, genau das sage ich immer. Oh mein Gott, das war einfach so lustig. Aber der war eh super cool dann. Also ich habe dann natürlich... Hat er es geschafft? Hat er überlebt? Ja, auch. Und ich glaube, er hat es auch genossen dann am Schluss. Aber das sind so kleine Sachen, die sind echt... Und man denkt das halt nicht irgendwie, dass jemand in den 30ern das der erste Mal fliegt. Ja, so lustig. Ja, und auch diese echte Demonstration, die klingt das so toll, weil du siehst, es gibt auch viele Leute mit so ein bisschen Flugangst. Ja, das ist ja nur so ein bisschen, ein kleines Unwohlsein. Und das siehst du, wenn du da stehst und da deinen kleinen Tanz irgendwie machst, die Art, wie sie dich halt angucken irgendwie. Und skeptisch. Ja, oder die, die so ganz besonders aufmerksam schauen. Oder weißt du so, ja, okay. Und für die macht man das dann. Also man macht es ja nicht für die, die irgendwie so super cool drauf sind und schon 20 Mal diesen Monat geflogen sind. Aber für die anderen macht man es. Und das ist irgendwie das, was zählt, ja. Auch finde ich aber voll schön, dass du währenddessen noch die Energie hast und auch die Aufmerksamkeit, um auf die Gäste zu achten. Also ich war damals immer so nervös und habe dann nur nach vorne geguckt und habe versucht, niemanden anzugucken und einfach nur geradeaus durch nach hinten. Ich glaube, das ist schon mein Vorteil, dass ich Schauspielerin war oder bin oder was auch genau. Weil ich, also mich schreckt da nicht viel. Auch wenn mal irgendwas schief geht mit dieser blöden Live-Fest und irgendwie, keine Ahnung, finde diese Mundauflasdinger nicht oder sowas. Und das ist jetzt, ach, das ist alles nicht so schlimm. In der Schulung haben sie uns auch immer gesagt, dass es eigentlich ist wie im Theater. Du stehst da vorne, vor den Passagieren. Gerade wenn du vorne arbeitest, guckt dich jeder an. Absolut. Und du hast da quasi auch so wie eine Art Bühnen-Face. Ja? Ja, ja. Ja, ich habe das in meiner Bewertung auch... Das ist ein Bewusstsein. Ja. Ich habe das auch so ein bisschen gleichgesetzt. Ich habe gesagt, ich glaube, dass die beiden Berufe einige Ähnlichkeiten haben und ich deswegen schon auch was mitbringe aus der Schauspielerei, was angewendet werden kann. Und also das erweist sich auch als tatsächlich, das ist auch wirklich so, ja. Voll schön, dass du das nutzen kannst für dich. Ich finde das auch wieder so spannend, weil ich sage ja immer, in dem Beruf arbeiten so viele unterschiedliche Menschen. Irgendwie sind sie doch alle ähnlich und haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Aber viele haben so spannende Sachen vorher gemacht. Und ja, weil man dann, oder ja, weil viele ja zum Beispiel auch Angst haben, dass man abgestempelt wird als Flugbegleiter. Aber gerade viele irgendwie sagen, oh, nur Flugbegleiter, ne. Das ist jetzt auch nicht so was, manchmal nicht so angesehen. Aber da denke ich immer, ja, man sollte das nicht unterschätzen. Da arbeiten so viele spannende Persönlichkeiten. Du hast vorher was ganz anderes gemacht. Ich meine, super spannend. Dann gibt es ja auch Rechtsanwälte, Zahlen. Also es gibt ja alles. In der Pflegerin gibt es alles. Ja, das finde ich auch immer. Also wenn ich mit den Kollegen rede, wo ich komme, oder was die, oder auch was sie noch für Pläne haben. Also die einen sind wie ich, die das erst später machen. Die anderen machen es am Anfang, um woanders hinzukommen irgendwann. Und ich finde es super spannend. Also ja, ich weiß nicht, was andere jetzt darüber denken mögen, ist mir relativ egal. Das ist aber natürlich so. Und ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass noch niemand mich mit Mangel an Respekt irgendwie behandelt hat. Gott sei Dank. Ja, sollen sie es probieren. Ach, und was ich auch sagen wollte, man hat wirklich, finde ich, auch Zeit, was nebendran noch zu machen. Also vor allem, wenn man mal drin ist und das nicht nur alles so viel Energie kostet, finde ich schon, dass man viel Freizeit hat. Also wenn man mit einem freien Tag, wie jetzt ich heute, Stand-by, wenn man damit was anfangen kann. Also wenn einer das nicht komplett blockiert jetzt, wenn man zu Hause was machen kann, eben ein Hobby hat oder sonst irgendwas, dann kann man viel Zeit dafür irgendwie dann doch finden. Finde ich schon. Das ist auch, finde ich, ein großer Vorteil. Und auch, dass man seine Erledigungen und so weiter auch mal unter der Woche machen kann. Ja. Ja, das ist auch super. Das kenne ich von meinem vorherigen Tag. Ich habe gesagt, ich bin der andere nicht frei und umgekehrt. Aber das finde ich auch. Ich liebe das. Ich liebe das, frei zu haben, wenn alle anderen arbeiten und umgekehrt. Ich finde das super. Ja, cool. Also vielen, vielen Dank für all die Infos. Ich glaube, das Video, ich hoffe auch, und ich bin mir ganz sicher, dass das echt hilfreich ist für viele. Und ich hoffe, dass sich jetzt daraufhin ganz viele bei euch bewerben. Dann haben sie das Glück, mal mit dir zu fliegen. Ich würde jetzt total gerne mit dir fliegen. Ach, ich sage noch was. Ja, ich mit dir auch. Komm halt mal. Ja, wenn ich in Wien bin. Ich muss mal nach Wien. Ich war noch nie wirklich in Wien. Ich muss da sowieso mal hin. Ja. Das ist echt eine superschöne Stadt. Das habe ich schon gehört. Ja. Das ist echt toll. Was ich noch sagen will. Nämlich, es gibt auch große Vorteile natürlich, dass die Firma so jung ist und so exportiert, wie sie es tut. Weil man hat auch extrem schnelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also im Vergleich zu einer anderen Firma kann man hier zum Beispiel sehr schnell Senior werden. Wie sind da die Voraussetzungen? Musst du da irgendwie ein, zwei Jahre geflogen sein? Ich glaube, nach einem Jahr kann man schon Senior werden. Also man muss da natürlich eine Weiterschulung machen. Man muss aufgenommen werden in die Weiterschulung und die dann bestehen. Und man kann auch sehr schnell Trainer werden. Okay. Ja, also von daher, das war zum Beispiel für mich schon auch interessant. Weil wenn ich jetzt nochmal zehn Jahre irgendwie arbeiten muss als Junior bei einer anderen Firma, bis ich auch mit Fremdsprache werden kann, dann bin ich schon bald in Rennpferde. Aber das ist schon auch irgendwie ein Vorteil, finde ich. Muss man da noch eine zweite Fremdsprache können, außer Englisch? Nein. Nein, aber es ist von Vorteil, glaube ich, wenn man noch eine Fremdsprache hat. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Du meinst, wenn man Person werden möchte. Ich glaube, erwünscht ist es, ja. Aber ich weiß nicht, wie gut man sie können muss. Also das bin ich nicht ganz sicher. Weißt du, wie viele Leute ihr ungefähr in Wien seid, in der Station jetzt? Nein. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich nehme mal an, es ist eher familiär alles, oder? Schon so, dass man die Leute irgendwann kennt und man immer mit den Gleichen fliegen wird. Ja, also ich glaube, es sind insgesamt etwa 500 Mitarbeiter im Moment. Okay. Aber sie versuchen zu verdoppeln innerhalb von irgendeinem Jahr. Das wird dann schon schnell viel. Aber ja, also noch ist es so, dass man irgendwann die Leute kennenlernt wird. Hast du Niki Lauda schon mal kennengelernt? Nein. Nein. Nein, leider nicht. Er fliegt ja bestimmt mal mit euch. Er fliegt ja eigentlich noch. Ist er nicht auch aktiv? Er zieht sich jetzt zurück. Also er hat wohl noch ein bisschen mit was zu sagen, aber er ist jetzt auch nicht mehr in der Geschäftsführung ganz frisch. Okay. Ist jetzt nur noch zu zweit. Ja. Aber schon so, dass er noch mit seinem Namen und ein bisschen mehr auch, also nur mit seinem Namen, ist er schon gut geworden. Schön. Ja. Schön. Das klingt alles total toll. Ja. Ja, voll schön. Und man merkt, dass du glücklich bist in deinem neuen Job. Schön, ja. Das ist auch wirklich, also ich bin da sehr, es gibt sicher auch andere, die irgendwie was Negatives zu sagen haben, aber das gibt es überall. Also deswegen ist es wichtig, dass man weiß, was einen hier erwartet, dass man sich jetzt nicht die Luxuslayerweise erwartet und so weiter und so fort. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt, muss ich sagen, ist die Firma sehr professionell, sehr für einen da, gibt immer Antworten, versucht alles möglich zu machen. Hast du noch einen Tipp für Bewerber, so den ultimativen Bewerbungstipp? Ultimativen. Ultimativen. Vielleicht, vielleicht wirklich Authentizität, also dass man wirklich, also schon, schon natürlich alles, dass wir es ehrlich sagen, vorbereiten auf die Frage, warum, warum willst du das machen? Ja. Und dann, und dann nicht irgendwie einfach diese, diese Standardsachen nur herablesen, die man, über die man gelesen hat, das macht sich gut, wenn man das sagt. Ja. Sondern wirklich für sich das beantworten, warum will ich das machen? Was, was erhoffe ich? Was kann ich auch mit meiner Lebensgeschichte oder, oder mit, mit meinen Vorlieben, mit, mit, ja, was kann ich ganz persönlich in diesen Beruf bringen? Weil ich glaube wirklich, das ist, das ist viel wichtiger noch, als eben, dass man die richtigen Antworten sagt, dass man authentisch rüberkommt und dass man mit einer Begeisterung auch rüberkommt oder mit, mit selber der Überzeugung, dass das für einen das ist, was man jetzt zumindest probieren möchte. Also ich glaube, ich glaube, wenn man das für sich selber wirklich klar beantworten kann, dann kann man das auch dann, wenn man das wirklich gefragt wird, ohne dass man dann so diese Standardantworten runterliest, die, die dann klar, das merkt einer sofort, wenn man das einfach gut auswendig gelernt hat, wenn es nicht authentisch ist. Das glaube ich. Ja. Schön. Sehr cool. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Flugbegleiter seid und auch mal Lust habt, über euren Job zu sprechen auf diesem Kanal, dann meldet euch unbedingt bei mir. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an info at behappyandtravel.com. So, ihr Lieben, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.